Du arbeitest an mehreren Projekten gleichzeitig und suchst nach einem Tool, das dir dabei hilft, einen Überblick zu behalten, in welches Projekt und in welche Aufgabe du wie viel Zeit investierst? Außerdem soll das Ganze kostenlos sein und am besten direkt in deine Nextcloud integriert? Dann habe ich da was für dich! In diesem Video schauen wir uns die Nextcloud-App Time Manager einmal genauer an. Diese App hilft dir sowie auch deinem Team oder deinen Mitarbeitern, einen Überblick zu behalten, wie viele Stunden ihr in welches Projekt und in welchen Kunden investiert. Die dabei gewonnenen Daten lassen sich filtern und auch exportieren und somit auch sehr gut für stundenbasierte Abrechnungen verwenden. Wie genau das alles funktioniert, das seht ihr jetzt! Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Du benötigst Unterstützung bei deiner Nextcloud-Installation oder du kommst an einer Stelle nicht weiter? Dann melde dich gern bei mir. Egal ob Privatanwender, Unternehmen oder Verein. Ich helfe dir, deine Nextcloud nach deinen Wünschen zu installieren, zu konfigurieren oder auch vorhandene Fehler zu beheben. Bei Interesse schreib mir einfach eine Nachricht an service-at-apfel-cast.com Für die Nextcloud gibt es grundsätzlich zwei Anwendungen, die hier zum Zeitmanagement genutzt werden können. Das ist einmal Time Manager, also die Anwendung, die wir uns heute anschauen. Und dann gibt es auch noch Time Tracker, der sehr ähnlich aufgebaut ist. Mir persönlich gefällt Time Manager ein bisschen besser, weil ich finde, dass zum einen hier das User-Interface ein bisschen übersichtlicher gestaltet ist und Time Manager bringt auch ein paar mehr Funktionen mit sich. Aber wie gesagt, beide grundsätzlich sehr ähnlich. Die App Time Manager, die steht grundsätzlich jedem Nextcloud-User kostenlos über den Nextcloud-App-Store zum Download zur Verfügung. Also ihr könnt das mit einem Klick installieren. Egal ob ihr hier euch auf einem Raspberry Pi, auf einem Nextcloud-Server, auf einer Hosted-Nextcloud befindet. Ganz egal. Das steht für jeden hier zur Verfügung. Und das ist eine ganz normale Browser-Anwendung. Eine spezielle Smartphone-App gibt es hierfür jetzt nicht. Ihr könnt das ganz einfach über den Browser bedienen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt lange hier in der Theorie reden, schauen wir uns doch einfach mal in der Praxis Time Manager an und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert und was ihr damit so machen könnt. Ich bin jetzt hier auf meiner Nextcloud angekommen und ihr seht die App Time Manager, die ist bei mir hier schon installiert. Die könnt ihr natürlich ganz einfach mit einem Klick, wie viele andere Nextcloud-Apps auch, aus dem Nextcloud-App-Store installieren und dann könnt ihr auch schon auf diese zugreifen. Als erstes, wenn wir diese App öffnen, landen wir hier im Dashboard. Was kann man hier machen? Man kann hier einen Zeiteintrag hinzufügen mit eben Beschreibung, der am Zeitpunkt, wie lang man gebraucht hat, wann die Aufgabe durchgeführt wurde und für welchen Kunden und später auch für welches Projekt das Ganze gemacht wurde. Dann findet man hier die neuesten Zeiteinträge, um direkt so einen Überblick zu haben, was in den einzelnen Projekten und bei den einzelnen Kunden so gemacht wurde. Und ganz unten hat man eine Wochenstatistik, wo man eben sieht, wie viel man insgesamt über alle Kunden und Projekte hinweg diese Woche gearbeitet hat oder zumindest wie viel davon hier gelockt wurde. Ihr könnt hier auch verschiedene Wochen reinschauen und seht dann eben, wie viel an jedem Tag hier eben gemacht wurde. Schauen wir uns nun mal den Grundaufbau von Time Manager etwas genauer an. Als erstes habt ihr hier Kunden. Hier könnt ihr natürlich einfach auch neue Kunden hinzufügen und diese bilden dann natürlich die Kunden ab, für die ihr eben auch Projekte dann durchführt. Wenn wir jetzt nun einen Kunden öffnen, im Übrigen, das sind hier natürlich alles nur Demokunden, die Daten sind frei erfunden, dann könnt ihr hier sehen, dass ihr Kunden auch mit anderen Personen teilen könnt. Also ganz normal der Teilendialog, wie man es hier von der Nextcloud her kennt. Da könnt ihr jetzt hier einfach einen Namen beispielsweise eingeben, dann da draufklicken und dann ist das Ganze mit dieser Person dann eben auch geteilt. Das heißt, ihr habt auch Zugriff auf diesen Kunden und auf die Projekte, die ihr mit diesem Kunden hier dann eben bearbeitet. Projekte ist auch schon das nächste Stichwort. Ihr seht es hier unten schon. Ihr seht hier unten quasi die Projekte, die ihr gerade beim Kunden am Laufen habt. Ihr könntet hier auch ein neues Projekt hinzufügen. Das geht recht leicht, wie ihr seht. Ich nenne das Ganze hier einfach einmal Demo und kann das dann schon hinzufügen und dann sieht man, dass da eben ein weiteres dabei ist. Und ihr seht dann auch hier in der Zusammenfassung, wie viel ihr für den Kunden insgesamt bisher an Stunden aufgewendet habt. Gehen wir jetzt aber mal in die nächste Einheit rein. Neben Projekten wäre dann die nächste Einheit die Aufgaben. Und da könnt ihr jetzt hier beispielsweise schon ein vorhandenes Projekt auswählen. Und hier seht ihr dann auch schon die Aufgaben. Nämlich in den Aufgaben könnt ihr dann definieren, was innerhalb dieses Projekts ansteht. Das könnt ihr ganz am Anfang beispielsweise tun, Projekte erstellen und alle geplanten Aufgaben dafür hinzufügen. Somit könnt ihr Time Manager nicht nur als reinen Zeitstempel, Zeitlog, wie auch immer ihr es nennen möchtet, nutzen, sondern ihr könnt das hier auch so ein bisschen zur Aufgabenverwaltung nutzen, denn man sieht ja so, welche Aufgaben noch anstehen und für welche beispielsweise noch nichts gemacht wurde. Klar, so eine richtige Übersicht mit abgeschlossen und wie weit die Aufgabe ist, das habt ihr hier nicht. Dafür würde ich euch nach wie vor natürlich Nextcloud Deck empfehlen, aber es bietet natürlich diese Funktion auch noch so ein bisschen mit. Eine Aufgabe zu erstellen ist relativ einfach. Wir sind jetzt hier beim Aufbau eines Unify-Netzwerks, also sagen wir beispielsweise mal, relativ am Ende wird irgendwann der Punkt kommen, Updates einspielen und fügen den jetzt einfach hinzu. Ihr seht dann hier, für welches Projekt das gemacht wird und auch für welchen Kunden natürlich. Also fügen wir das hier einmal hinzu und dann ist die Aufgabe hier erstmal drin. Natürlich könnt ihr jetzt hier auch so eine Aufgabe einmal anwählen und könnt dann hier Zeiteinträge hinzufügen. Ihr könnt für eine jede Aufgabe beliebig viele Zeiteinträge hinzufügen. Natürlich kann eine Aufgabe quasi auf einmal erledigt werden. Ich denke mal bei dem Beispiel hier Updates einspielen, das mache ich in einem Zeitintervall, aber andere Aufgaben, an denen arbeitet man mit Unterbrechungen, vielleicht über mehrere Tage und Wochen hinweg und so kann ich hier mehrere Zeitstempel einfach hinzufügen oder mehrere Zeiteinträge, wie es hier genannt wird. Das heißt, ich klicke hier einfach einmal drauf, sage, wie lange habe ich für die Aufgabe gebraucht, sagen wir mal eine halbe Stunde. Ihr könnt hier auch mit Komma getrennt dann auch kleinere Werte eingeben, 0,5, 0,75 und so weiter. Das wird dann eben entsprechend ausgerichtet. Ihr sagt, was ihr das gemacht habt. Ich sage jetzt, das habe ich vielleicht schon hier am Dienstag gemacht. Ihr könnt beschreiben, was ihr genau gemacht habt. Wenn ihr das möchtet, ich schreibe jetzt erstmal Demo rein und dann seht ihr nochmal, wo ihr das Ganze hinzufügt. Dann können wir jetzt hier auf Zeiteintrag hinzufügen klicken und schon ist das Ganze hinzugefügt. Ihr könnt den löschen, falls ihr das irgendwie dann doch nicht gemacht habt oder hier ein Fehler vorliegt und ihr könnt natürlich den auch bearbeiten. Einfach genauso für den Fall, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen beim ersten Eintrag. Ihr möchtet das nochmal abändern. Das ist in dem Fall kein Problem. Und das ist im Endeffekt der ganze Aufbau von diesem Time-Manager. Also ihr habt Kunden, Projekte und einzelne Aufgaben und ihr könnt dann einzelne Aufgaben hier dann eben auch gewisse Stunden zuweisen. Und somit habt ihr halt hier einen relativ guten Überblick, was passiert, weil dieses Schema auch zwingend von der Software vorgegeben wird. Also man kann nicht einfach nur irgendeine Stunde irgendeinem Kunden zuweisen und später weiß keiner mehr, was hier gemacht wurde, sondern das hängt immer sehr nah dran. Ihr seht auch hier nochmal unter dem Punkt Aufgaben, alle Aufgaben aufgelistet, die es insgesamt in eurem Zugriffsbereich hier gibt. Also dass ihr selber gestaltet habt oder dass ihr per Teilung zugestellt bekommen habt. Und ihr könnt das Ganze natürlich beispielsweise hier auch nach einzelnen Projekten dann hier filtern. Dann habt ihr da einen besseren Überblick über das, was hier so ansteht. Das gleiche gilt natürlich auch hier für Zeiteinträge. Das könnt ihr beispielsweise hier nach Personen auch filtern, wenn ihr das möchtet. Also je nachdem, welche Personen die einen Eintrag hier gemacht haben, dass ihr sehen könnt, okay, wer hat was getan. Und auch hier könnt ihr natürlich für die Zeitstempel sehr genau je Aufgabe dann entsprechend filtern. Sagen wir jetzt beispielsweise hier für diese Aufgabe, dabei seht ihr dann genau, welche Zeiteinträge es gibt. Also der Zugriff und die Kontrolle ist hier sehr, sehr einfach. Jetzt haben wir also fleißig unsere Daten hier mithilfe dieser App gesammelt. Aber was machen wir jetzt mit denen? Die wollen wir natürlich zur Auswertung nutzen. Dafür ist dann eben hier der Bereich Reporte zuständig oder Reports in Englisch. Und was mir hier schon mal direkt auf den ersten Blick gut gefällt, ist eben, dass ihr hier relativ gut filtern könnt und somit wirklich die Daten euch rausziehen könnt oder aufbereiten könnt, die ihr braucht. Also ihr könnt beispielsweise den Kunden auswählen und innerhalb des Kunden ein spezifisches Projekt. Und wenn ihr komplexere Aufgaben habt, sogar dann hier entsprechend nur eine Aufgabe auswählen. Und ihr könnt auch einen Aufgabenstatus hier entsprechend wählen. Da gibt es jetzt nicht viele Statuse, eben quasi erledigt und nicht erledigt. Das könnt ihr dann über den Haken, den ihr bei den jeweiligen Aufgaben und Zeiteinträgen gesehen habt, dann setzen. Ihr könnt natürlich dann hier beispielsweise den Filter anwenden und dann seht ihr, was dabei rauskommt. Natürlich umso komplexer das Konstrukt ist, umso besser geht das. Ihr könnt also nicht nur quasi das sachlogisch hier euch filtern lassen, sondern auch vom Zeitpunkt her. Das heißt, ihr könnt es hier für einen bestimmten Zeitraum, für einen bestimmten Tag machen und natürlich auch hier die ganze Sache dann noch weiter eingrenzen. Wenn ihr dann diese Einträge gefunden habt, die ihr möchtet, dann könnt ihr euch die hier zum einen anschauen, wenn euch das reicht. Ihr könnt diese aber beispielsweise auch als CSV-Datei exportieren, um diese beispielsweise dann in einer anderen Software weiterzuverwenden, beispielsweise Excel, um damit dann auch eine Abrechnung zu gestalten. Also wenn wir jetzt hier mal ein paar Filter rausnehmen, sodass wir hier ein paar mehr Daten dann auch enthalten, können wir jetzt hier mal sagen, nur auf den Kunden gefiltert. Dann können wir jetzt hier einfach hergehen und den als CSV-Datei exportieren lassen oder Print Report, um einfach den Browser-Print-Dialog zu starten, wenn ihr sagt, ein PDF davon reicht mir jetzt. Ich sage jetzt aber, ich möchte die CSV-Datei hier einmal runterladen und das geht natürlich dann auch hier recht schnell. Da ich mich jetzt hier auf einem Mac befinde, habe ich jetzt den CSV-Report hier ganz einfach einmal mit Numbers geöffnet. Ihr könnt es aber natürlich genauso gut auch mit Excel tun. Ihr seht, den Aufbau der Tabelle, die ihr hier erhaltet, ist relativ logisch und ihr könntet diese jetzt beispielsweise über einen S-Verweis oder ähnliche Sachen dann hier auch dafür nutzen, um eben entsprechende Daten rauszuziehen. Zum Beispiel hier, meistens braucht man ja die Dauer und einen entsprechenden Kunden. Das könnt ihr dann entsprechend sehr, sehr einfach dann planen. Ihr seht auch, wer quasi der Autor der Aufgabe war oder wer das entsprechend durchgeführt hat. Also könnt ihr hier dann das eben für eine weitere Abrechnung nutzen. Ist natürlich so ein Feature, das ich mir vielleicht in der Zukunft wünsche, dass man das hier gerade insbesondere in Zusammenhang mit Stundensätzen dann noch ein bisschen weiter direkt sich aus der App hier rausziehen kann. Aber kann ja gut sein, dass da in der Zukunft noch was dazu kommt. Den letzten Punkt, den wir uns hier noch nicht angeschaut haben, das ist hier einmal der Punkt Werkzeuge. Hiermit könnt ihr aus einer CSV-Datei auch Daten in den Time Manager rein importieren. Das ist noch so ein bisschen in der Beta, würde ich sagen, aber funktioniert grundsätzlich, wenn ihr das eben entsprechend hier dann auch aufbaut, wie dann hier auch die Anmerkungen dazu eben vorhanden sind. Dann könnt ihr Daten auch hiermit relativ einfach rein importieren. Wie ihr seht, eigentlich eine ziemlich praktische Anwendung. Lasst mich doch mal in den Kommentaren wissen, wie ihr diese App Time Manager findet und ob ihr diese verwenden würdet. Und wenn nicht, welche App ihr so bevorzugt, egal jetzt ob in Nextcloud oder auch außerhalb davon. Ansonsten gilt natürlich hier wie immer am Ende des Videos noch mal meine Erinnerung, falls ihr Interesse an Nextcloud habt und da bei Beratung oder auch technische Unterstützung benötigt, dann schreibt mir gerne einfach eine E-Mail an service-at-apfel-cast.com. Ansonsten, wenn ihr keine Videos mehr zu den Themen Open-Source-Software, Nextcloud, Proxmox und viele weitere verpassen möchtet, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Zum Schluss sage ich natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.